ja willkommen mein am dann ihre lp und ich bin kurz zurück zu let's play valkyria chronicles in der letzten folge haben wir ja nancy verloren aber jetzt ist sie wieder da wie geht denn das wir müssen immer noch gegen die mamota kämpfen beziehungsweise sie und ins minfeld rein locken und ich habe so langsam das gefühl dass wir alle hierhin müssen um uns in sicherheit zu bringen weil ich sie irgendwie nicht wie wir überleben sollen anders aber erst mal bewegen man nennt sie weg und zwar tun wir uns erst mal hier positionieren war ich meine so nah war das jetzt eigentlich gesagt nicht so jetzt werden wir ihn zu jetzt dürfen alle leben wie immer ich bin mir immer mehr sicher dass wir jetzt eigentlich dahin gehen sollen wo das grümpel alles kaputt geht weil ich sie irgendwie keine möglichkeit wir sonst überleben sollen das ding überrollt uns doch dann da können wir uns einfach wirklich so oder wenn der kampf dann auch weitergeht muss ich mal vorstellen dann müssen wir einen ganzen weg darunter laufen wie soll man rechtzeitig darunter kommen ins minfeld rein einfach müller teil ist kaputt gegangen ich habe es genau gesehen schweine verschießt war auf die scheiß dinge fragt es auch überhaupt noch zurück können so ein bisschen knapp ja haben wir schon gesehen so und nun jetzt müssen wir alle in deckung gehen war schon ein bisschen lange als spiel später deswegen tut mir leid aber hier ist ja noch als versperrt können wir dann irgendwann hier das ist das was mich verwirrt wir können ja gar nicht mehr gehen gehen von der seite müssen wir wirklich jetzt durchs minenfeld dadurch gehen oder ich nehme an dass wir uns alle durchs minenfeld ich hoffe jetzt weil ich ja du magst doch nie oder ich habe schon mal das ding hier müssen wir gleich alle weg ich verstehe das nicht so ok da da muss man nur noch durch da war knapp so irgendwie muss man durch und knall die typen ja ich habe natürlich keiner von euch was hat mich abgeschossen da war ein schuss von hinten wo kommt der her da war ein schuss von hinten wo kommt der her waren wie soll ich mit meinen verkackten panzern denn jetzt ich habe nämlich nicht dass die panzer wir können ja nicht dahin wenn wir einer sagen wie ein panzer durchkommen soll ich glaube ich habe jetzt schon scheiße gebaut ding überrollt uns hier gleich überrollt meine ich wir haben zwei punkte deswegen ja muss ja die ganzen mini entschärfen und natürlich zu kommen da gibt es irgendeinen weg wo war jetzt sicher durchkommen irgendwie nicht ich habe mich alicia vergessen mein gott hier läuft alles schief naja er kann doch echt nicht so viel schief laufen da habe ich mal dachte an obwohl wir jetzt jemanden zurück ok john retreat war bei lenzer brauchen wir glaube ich doch nicht so ich dachte wir können die kanonen oder so kaputt machen aber anscheinend nicht ja ich habe nur das ding ist gleich schön wie soll man denn mit der edelweiß dadurch mit meiner sagen wir lösen wir alles aus da muss ich dann ja machen zurück kann ich nicht ja ja man muss ich denn hier machen wir schon so lange her ich weiß es doch nicht mehr man hätte sich muss jetzt alle schon wiederholen und ich sterbe nicht sterben nicht sterben danke oh gott verdammter dreck wir lesen wir die überhaupt aus wenn wir da langsam vorbeigehen jo ich darf man warum bist du denn am sterben nennst du was soll eigentlich warum bist du eigentlich so anfällig fürs verrecken warum sind überhaupt leute da im minenfeld was ist denn das für ein scheiß minenfeld wir haben gleich ja schon mehr minen ausgelöst als was ist denn der sinn überhaupt dann mache ich irgendwas falsch da wusste fast sagt er die schuld hat er ist da eine hinterher wand versteckt ich glaube es nicht das war irgendwie hier durch wie soll man mit der edelweiß dadurch komme ich verstehe nicht ich weiß wir können es naja super jetzt ist sie edelweiß direkt davor was hat lasst mich durch ich war und dann du bist ja wohl nicht alicia direkt aufsammeln oder wäre ein richtiger dick beruf gerade w ist irgendwo einer das ist der bastard der alicia verdammt jetzt haben wir permanenten dingen willst du mich verarschen ich will zieht denn der ab so weh du läufst über alicia ich krieg die krise ich hab die mission gar nicht irgendwie unter kontrolle ich war cool ich meine viele punkte jetzt haben der ist an die vorbeigelaufen gott sei dank gott sei dank so jetzt können wir die ganze ruhe aufsammeln und nennt sie auch wir haben keinen punkten kommandopunkt mehr jetzt verdammt wir brauchen aber wir haben auch schon jetzt nicht mehr dabei das heißt uns fehlt jetzt nicht direkt einer oh mein gott grümpel was machen wir jetzt so jetzt haben wir doch ein bisschen mehr zeit glaube ich verstehe aber immer noch nicht den sinn davon durchs minen feld zu gehen vor allem mit welken und co sie muss jetzt ein paar leichen entsorgen vor allem jetzt kann man gar keine minen mehr entschärfen es hat eigentlich für den dreck immer schon leicht mehr wien ausgelöst als naja als noch gleich übrig sind für das ding und jetzt haben wir ein problem das müssen wir mit welke nehme ich hier durch mir fällt gerade auf wir haben noch rosi scheiße nein das ist kein grund zu freuden wir haben jetzt nur noch rosi lago und unsere beiden panzer ist mir gar nicht aufgefallen ähm ja ähm super ähm super schund der mount ok bam au ich habe ihn getroffen gut und jetzt wie sollen wir denn jetzt leben dadurch kommen mit dem ding ja ja ähm das ist das für der scheiße mein gott tut irgendwie hier den sinn eines minen feldes vollkommen vernichten wenn er gleich keine minen mehr übrig sind es hat so richtig wie man das hier machen muss wenn ich vorstelle dazu behämmert ist ja heute mal irgendwo so ein ding ich habe du brauchst noch eine runde um das ding da kaputt zu machen weil wir mit der schermok da vorne hinkommen dann müssten wir eigentlich die ganzen leute da kaputt hauen ja also warten war oder ja weiter hm ist das richtig so wie wir hier machen ich glaube es nämlich nicht so okay ich glaube wir machen ja alles vollkommen falsch aber egal wen hatten wir denn eigentlich alles dabei werden nennt sie aber du bist ein scharfschützer leckt mich am arsch mit dem schermok so schnell wie möglich dahin ballern oh gott kann man überhaupt noch gewinnen ganz ehrlich so die schermok dahin nehmen bringt nein auf ja auch ich habe noch zwei leute zwei menschliche da kann sie mir nicht antun was noch ein schuss wenn der lager ist ok lager brauchen wir jetzt nicht so rose ist irgendwie wichtiger ja geh weg mal kurz lang wir haben jetzt nennt sie haben wir verloren und john nochmal zurückgezogen ich idiot rosie alicia ist kaputt gegangen ist das ding direkt vom minenfeld gleich sind keine mini mehr da das ist schlecht ich komme mit der mission nicht klar ist aber ganz schön viele commandopunkte an ok so machen wir den scharfschützen kaputt er macht mich leicht nervös kriegen wir nicht verdammt ich habe mich nicht mit diesen dingen mal versuchen aber ja was als egal gut ist die typen können ich kontern oder angreifen wenn ich mich in näher an das heißt auch scheiße ich bin am mikro kommen und wo es ist auch beinahe am frecken was soll eigentlich nein 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 kriegen wir nicht nein weil ich mal rosie wir können es nicht wir können es uns nicht leisten dass jetzt hier noch irgendeine person stirbt ich muss dabei können noch weiter nach vorne hm 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 ne ne uk ne amo ne dl g be ab da PR ne tá ne ne covid ne das ist uns mal testen nicht also tot und da krieg ich aber neu in dem party was auch immer ich hier vor ich habe aber schon gemacht der panzer ist nicht so schlimm der lanza und der scharfschütze der könnte mir noch alles versauen aber du bist ein trooper sehe ich gerade so bei uns geht kaputt du bist nicht tot ich verarschen da kann ich jetzt gar nicht haben ich habe keine dinge ins mehr du kommst nicht bis dahin nenne wo sie irgendwie dahinten hinkommen oder was zwei versuche jetzt man schon leckt mich am wahrscheinlich stück zu wissen das hat jetzt vollgebracht ja gut ich kann keine einheit mehr verlieren auf euch den partner ende oder so bevor ich die mission oder so wende oder speicher würde ich erstmal gerne gucken ob meine einheiten überlebt haben das gibt es doch nicht ja nicht mal so als ob wir hier zu stark gegner oder so haben wir es einfach nur die lande mich irgendwie von hinten nimmt ja genau aber dass ich meinen kopf treffen wie schlecht bist du denn rosie stirbt nicht okay nennen sie wir haben wir haben wir haben ja wir haben ja drei hat man nicht acht am anfang die schaden nennen sie nennen sie nennen sie nennen sie nennen sie nennen wir noch denn es genau konnte vergessen ja das ding muss ich ja eigentlich nicht mehr verlangen haben ne ich muss eigentlich nur noch warten dieser hinkommen so und ich muss verändern dass er natürlich triffst du nicht da warte und muss das ding dahin hat noch mal irgendwo nach ach da kann man noch den langen sehen man motorisch target point ok dann haben wir dich schnell kaputt und wo soll man denn dann hin schande dem mount ja weiß nicht da ist gleich irgendwie 1000 gegner kommen dann weiß ich auch nicht weiter bewegt durch mal weiter und dann werden wir meinen zukunft was passiert bevor ich irgendwie mist mache frage ist ja dann wo wir hin müssen wenn wir hier alles versperrt haben so dann mal weiter mein gott ich will sagen keine ahnung ich bin zu schnell den breed too long den breed mit er hat überhaupt meaning gestellt ganz ehrlich wenn ich irgendwie unsere position da da was ist am ihnen fällt irgendwie geht nichts hoch ja war ein bisschen weit erwarten ich hatte auf der zelle im minenfeld ach wir sind noch nicht im minenfeld das ist jetzt wird es mal noch das ding da kaputt kriegen ich freue mich aber immer noch probieren hin müssen so welkin eigentlich kann leider niemand mehr sterben das ist eigentlich gut der wagner krater und auf der anderen seite ist wahrscheinlich auch einer oder ich gehe auch mal dahin ich hoffe wirklich das ist richtig mit dem ist auf jeden fall ganz weit weg und schon sagen wenn ich da nicht auch lang kann ich bin jetzt nicht sicher ob da noch krater irgendwo ist aber gucken wir mal aha da müssen wir alle da ist doch so ein ding da ist ja kann man auch nicht hin wenn das ding kaputt ist das ist kein panzer das ist kein panzer lago siehst du wieder nur karotten oder was ich liebe gemüse und ich kann man auch weg bewegen oder ja ich hoffe wirklich es ist richtig dass wir alle da eingehen ist gut so wir gehen jetzt aber alle da lang hoffe ich werde nicht alle überrannt ich bin mir langsam nicht sicher wo wir hin müssen ich bin mir langsam nicht sicher wo wir hin müssen ich kann nicht sterben also das ist falsch ist ne ja hat ja schon alles schiefgegangen sehr viel mehr kann nicht schiefgehen soll ich noch mal speichern speichern noch mal das kann bock noch wegen so eine blödheit hier zu verlieren theoretisch haben wir schon gewonnen weil es nicht ob der alles da gesperrt wird oder so aber ja so dann immer mit denen alle nach unten ich hoffe das ist richtig überholz ding du so groß sagt gar nicht von mir aus 100 bestimmt irgendwie töten so fragt jetzt nur wo es richtig ist wenn da wo säcker ist falsch ist und der jetzt stirbt dann ist er nicht so schlimm er kommt ja immer wieder wieder mikro kommt verdammt und er lebt noch ja er lebt noch ok also nervige mission irgendwie was jetzt ob ich noch zeit habe oder nicht er dreht ab er dreht ab und hoffentlich werden wir jetzt nicht überrollt ok was sei dank im sommer irgendwie nervig geil und ob die war hat geld erfahrung und ja kommt hat was gebracht hat jetzt da habe ich mir gedacht Das war's für heute. Was? 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 Das ist Alicia! Alicia hat sich nur auf Mammoth. Was? 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 Alicia! Hey! Der Mann! Dann sagen wir jetzt nicht. Sie macht auch diese Flamme. Ich habe endlich ein... ... gefunden. Wenn ich meine Kraft benutze, ... kann ich die Mammoth nicht verhindern. Wenn ich meine命sthe, ... kann ich die Flamme nicht verhindern. Ich kann die Flamme und die Gali-Werchen nicht verhindern. Ich kann die Flamme nicht verhindern. Aber Gott sei Dank. Erst in der nächsten Folge. Gut. Passt irgendwie so besser. The main shield. Love. Das gucken wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Valkyra Chronicles an. Ich bedanke mich aller herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Boah, das war eine komische Mission. .... ... ... ... ... Vielen Dank.